der hund von baskeville aus meinem tagebuch bis zu diesem punkt meiner erzählung brauchte ich nur die berichte abzuschreiben die ich im anfang meines aufenthaltes auf baskeville hall an sherlock holmes sandte jetzt bin ich jedoch an einer wendung angelangt wo diese methode sich nicht mehr anwenden lässt ich muss von nun an wieder aus meinen erinnerungen schöpfen habe dabei aber als unterlage die aufzeichnungen die ich damals in mein tagebuch eintrug ich gebe zunächst einige auszüge daraus und komme dann sofort zu jenen ereignissen die sich in unauslöschlichen zügen meinem gedächtnis eingeprägt haben ich beginne mit dem morgen der auf unsere ergebnislose jagd nach dem sträfling und auf die anderen seltsamen erscheinungen in der mooreinsamkeit folgte den 16 oktober ein trüber nebeliger tag mit unaufhörlichem feinen sprühregen das haus ist in schwere wolken gehüllt die sich von zeit zu zeit lichten und dann einen blick auf die öden wellenlinien der moorlandschaft eröffnen auf den flanken der hügel sieht man dünne silberweiße adern und die granitblöcke leuchten in der ferne auf wenn ein lichtschein auf ihr nasses gestein fällt melancholische stimmung draußen und drinnen der baronet ist nach den aufregungen der letzten nacht abgespannt und in düsterer laune mir selber ist das herz schwer und ich habe das gefühl daß eine gefahr droht eine immer gegenwärtige gefahr die um so furchtbarer ist da ich nicht angeben kann worin sie besteht und habe ich nicht ursache zu solchen befürchtungen wir blicken jetzt auf eine lange reihenfolge einzelner ereignisse zurück die alle ohne ausnahme darauf schließen lassen daß irgendeine unheimliche macht in unserer nähe am werke ist da ist zunächst der tod des vorigen schlossherrn ein ereignis das so genau mit den überlieferungen der alten familiensage übereinstimmt dann haben wir die berichte zahlreicher landleute die alle eine grausige kreatur auf dem moor gesehen haben zweimal hörte ich mit meinen eigenen ohren jenen laut der dem fernen gebell eines großen hundes gleicht es ist unglaublich ja unmöglich daß dieser laut wirklich dem gebiet des übernatürlichen angehört ein gespenster hund der körperliche fußspuren zurücklässt und die luft mit seinem geheul erfüllt den gibt es nicht ganz gewiß nicht mag stapleton sich solchem aberglauben hingeben und dr mortimer sich ihm anschließen aber wenn ich überhaupt irgendeine hervorstechende eigenschaft habe so ist es nüchterner gesunder menschenverstand und nichts wird mich dahin bringen an so etwas zu glauben damit würde ich ja zu dem niveau der armen bauersleute herabsteigen die nicht einmal mit einem gewöhnlichen geisterhund zufrieden sind sondern ihn als ein tier beschreiben dem höllisches feuer aus maul und augen sprüht von solchen phantastereien würde holmes nichts wissen wollen und ich bin hier als sein vertreter aber tatsachen sind und bleiben tatsachen und ich habe zweimal sein geheul auf dem moor gehört nehmen wir an es triebe sich wirklich irgendein riesiger hund auf dem moor herum damit ließe sich ja alles erklären aber wo könnte ein solcher hund verborgen liegen wo bekäme er zu fressen woher wäre er gekommen und wie ginge es zu daß kein mensch ihn je bei tage gesehen hat ich muß zugeben daß die natürliche erklärung fast ebenso viele schwierigkeiten darbietet wie die andere und ganz abgesehen vom hund es bleibt die tatsache bestehen daß in london irgendeine menschliche tatkraft im spiele war wir hatten den mann in der droschke und den warnungsbrief der sir henry aufforderte dem moor fern zu bleiben dieser brief zumindest existierte tatsächlich aber er konnte ebenso wohl von einem beschützenden freund wie von einem feinde ausgehen wo war jetzt in diesem augenblick dieser freund oder feind war er in london geblieben oder war er uns hierher gefolgt konnte er der fremde sein den ich auf dem moor gesehen hatte allerdings habe ich nur jenen einzigen flüchtigen blick auf ihn geworfen und doch es sind bei diesem erlebnis verschiedene umstände vorhanden deren ich so sicher bin daß ich darauf schwören kann der fremde gehört nicht zu den leuten mit denen ich hier bekannt geworden und ich habe jetzt sämtliche leute der ganzen gegend gesehen er war der gestalt nach viel größer als stapleton viel schlanker als frankland barrymore hätte es möglicherweise sein können aber diesen hatten wir im hause zurückgelassen und ich bin sicher daß er uns nicht unbemerkt hätte folgen können also verfolgt uns hier ein fremder auf schritt und tritt gerade wie ein fremder uns in london ausspionierte wir sind ihn die ganze zeit über nicht losgeworden könnte ich meine hand auf diesen mann legen so wären wir vielleicht am ende aller unserer schwierigkeiten zur erreichung dieses ziels muß ich jetzt alle meine kräfte anspannen mein erster gedanke war sir henry von allen meinen plänen in kenntnis zu setzen ein zweiter und klügerer gedanke jedoch brachte mich zum entschluß auf eigene faust zu handeln und so wenig wie möglich von meinen gedanken verlauten zu lassen sir henry ist schweigsam und zerstreut seine nerven haben einen seltsamen stoß erlitten seitdem er jenes geheul auf dem moor hörte ich will nichts sagen was seine beängstigungen womöglich noch vermehren könnte aber ich will meine vorkehrungen treffen um meinen zweck zu erreichen heute morgen nach dem frühstück hatten wir eine kleine szene barrymore bat sir henry um eine unterredung und sie verweilten kurze zeit unter vier augen in seinem arbeitszimmer ich saß im billardzimmer und hörte mehrere mal dass sie ihre stimmen erhoben ich konnte mir wohl denken was den gegenstand ihres gespräches bildete nach einer weile öffnete der baronet die tür und bat mich herein zu kommen barrymore glaubt grund zu beschwerden zu haben sagte er er meint es sei unredlich von uns gewesen auf seinen schwager jagd zu machen nachdem er uns aus freiem willen das geheimnis mitgeteilt hätte der schloßverwalter stand sehr bleich jedoch vollkommen gefaßt vor uns ich mag vielleicht zu heftig gesprochen haben herr sagte er und wenn dies der fall sein sollte so bitte ich recht sehr um vergebung ich war eben sehr überrascht als ich die beiden herren heute früh zurückkommen hörte und erfuhr daß sie selten verfolgt hätten der arme kerl hat gerade genug durchzumachen und es war nicht nötig daß ich ihm noch jemand auf die hacken setzte wenn sie zu uns aus freiem antrieb davon gesprochen hätten so wäre es allerdings was anderes antwortete der baronet sie sprachen aber erst oder vielmehr ihre frau tat es als sie nicht mehr anders konnten ich glaubte aber nicht daß sie von meiner mitteilung gebrauch machen würden sir henry wirklich dieser gedanke lag mir völlig fern der mann ist eine gefahr für die menschheit überall über das moor verstreut liegen einsame wohnungen und er ist ein bursche der vor nichts zurückschrecken würde man braucht nur mal einen augenblick sein gesicht zu sehen um das zu wissen nun nehmen sie mal zum beispiel herrn stapletons haus da ist bloß er allein der die bewohner verteidigen könnte nein die ganze gegend ist unsicher solange selden nicht wieder hinter schloß und riegel ist er bricht in kein haus ein herr darauf gebe ich ihnen mein heiliges wort aber er wird überhaupt keinen menschen mehr in dieser gegend belästigen ich versichere ihnen sir henry in ganz wenig tagen werden die nötigen vorkehrungen getroffen und wird mein schwager nach südamerika unterwegs sein um des himmels willen herr bitte ich sie teilen sie der polizei nicht mit daß er noch auf dem moor ist sie haben es aufgegeben ihn dort zu suchen und wenn er sich ruhig verhält so kann er's abwarten bis sein schiff abgeht wenn sie ihn angeben so bringen sie damit unbedingt auch meine frau und mich in ungelegenheiten ich bitte sie herr sagen sie der polizei nichts davon was meinen sie dazu watson ich zuckte die achseln und erwiderte wenn er außer landes wäre so wäre der ruhige steuerzahler damit ne last los aber wenn er nun noch jemanden anfällt ehe er abreißt so einen wahnsinnigen streich wird er nicht begehen herr wir haben ihn mit allem versorgt was er nur braucht wenn er ein verbrechen beginge so würde dadurch ja bekannt werden daß er hier auf dem moor versteckt liegt da haben sie recht sagte sir henry nun barrymore o gott segne sie herr ich danke ihnen von ganzem herzen als wäre meine armen frau tot gewesen hätte man ihren bruder wieder ergriffen ich glaube watson wir machen uns da einer begünstigung schuldig aber nach dem was ich gehört habe glaube ich ich könnte es nicht übers herz bringen den mann anzugeben und damit basta es ist gut barrymore sie können gehen der mann stammelte noch einige worte des dankes und ging plötzlich aber blieb er zögernd stehen kam zurück und sagte sie sind so freundlich gegen uns gewesen herr daß ich es gern vergelten möchte so gut ich es nur kann ich weiß etwas sir henry und hätte es vielleicht früher sagen sollen aber als ich kenntnis davon erhielt war seit sir charles leichenschau schon lange zeit verstrichen ich habe bis jetzt zu keiner menschen seele ein wort davon verlauten lassen es betrifft den tod meines armen früheren herrn der baronet und ich sprangen beide gleichzeitig von unseren stühlen auf und riefen wissen sie wie er ums leben kam nein herr davon weiß ich nichts was wissen sie denn ich weiß warum er um jene stunde an der pforte war er hatte eine verabredung mit einem weibe mit einem weibe was ja und wie hieß sie den namen kann ich ihnen nicht angeben wohl aber seine anfangsbuchstaben diese sind l l woher wissen sie das barrymore sehen sie sir henry ihr onkel bekam an jenem morgen einen brief für gewöhnlich bekam er sehr viele briefe denn er war eine hervorragende persönlichkeit hier in der gegend und seine gutherzigkeit war allgemein bekannt deshalb wandte sich jeder der in verlegenheit war mit vorliebe an sir charles aber an jenem morgen war nur der einzige brief angekommen deshalb fiel er mir umso mehr auf der brief war in tom tracy aufgegeben und die adresse von einer frauen hand geschrieben weiter nun herr ich dachte nicht mehr daran und würde überhaupt nicht mehr daran gedacht haben indessen vor ein paar wochen räumte meine frau sir charles arbeitszimmer auf es war seit seinem tode nichts darin angerührt worden und da fand sie hinten am kaminrost die asche von einem verbrannten briefe sein größerer teil war in kleine stückchen zerfallen aber ein kleiner streifen vom unteren ende einer seite hing noch zusammen und die schriftzüge waren zu lesen indem sie sich grau von dem schwarzen grunde abhoben wir hielten es für eine nachschrift zu dem briefe und die worte lauteten folgendermaßen bitte bitte da sie ein gentleman sind so verbrennen sie diesen brief und seien sie um zehn an der pforte unterzeichnet war dieser satz mit den buchstaben ll haben sie den streifen aufbewahrt nein herr er fiel uns unter den händen in asche zusammen hatte sir charles schon früher briefe mit derselben handschrift erhalten hm ich sah mir sonst seine briefe nicht an und achtete nicht besonders darauf ich hätte auch auf diesen brief nicht geachtet wenn er nicht eben allein gekommen wäre und sie haben keine ahnung wer ll ist nein herr so wenig wie sie selber aber ich nehme an wenn wir die dame ausfindig machen könnten so würden wir mehr über sir charles ende erfahren ich begreife nicht barrymore wie sie dazu kamen einen so wichtigen umstand zu verheimlichen nun sir henry wir fanden den brief gerade in jenen tagen als wir selber durch meinen schwager in eine so fatale verlegenheit versetzt wurden und dann herr wir hatten alle beide sir charles sehr lieb gehabt wie es ja nach allem was er für uns getan hatte gar nicht anders sein konnte wenn wir die geschichte wieder aufrührten so konnte das unserem armen alten herr nichts nützen und wenn irgendwo eine dame im spiel ist so ist es besser vorsichtig zu sein auch der beste mensch sie meinen es könnte seinem guten rufe schaden nun jedenfalls dachte ich es könnte nichts gutes daraus entstehen aber jetzt sind sie so gut zu uns gewesen und ich fühle es wäre nicht recht von mir gewesen wenn ich ihnen nicht alles gesagt hätte was ich von der geschichte weiß sehr gut barrymore sie können gehen nachdem der mann hinausgegangen war wandte sir henry sich zu mir und sagte nun watson was meinen sie zu diesem neuen licht das auf meines onkels ende fällt mir scheint die dunkelheit ist nur noch schwärzer geworden als sie schon war das ist auch eine meinung aber wenn wir nur ell aufspüren könnten so würde sich die ganze sache aufklären was sollen wir nach ihrer meinung tun sofort holmes von allem in kenntnis setzen für ihn wird dies der anhaltspunkt sein nach welchem er so lange gesucht hat ich begab mich sogleich auf mein zimmer um für holmes einen bericht über das gespräch dieses morgens niederzuschreiben augenscheinlich mußte er in der letzten zeit mit arbeit überhäuft gewesen sein denn ich hatte aus der baker straße nur ein paar ganz kurze notizen erhalten worin von meinen berichten überhaupt nicht die rede war sogar die aufgabe die ich auf baskeville hall zu erfüllen hatte war nur ganz oben hin erwähnt ohne zweifel nimmt die untersuchung wegen der erpressung alle seine geisteskräfte in anspruch aber der neu hinzugekommene umstand muß ganz gewiss seine aufmerksamkeit fesseln und seine teilnahme neu beleben ich wollte er wäre hier den siebzehnten oktober heute strömte den ganzen tag der regen hernieder raschelte im efeu des alten hauses und troff aus den dachinnen ich dachte an den entsprungenen sträfling der obdachlos draußen auf dem öden kalten moor umherirrt der arme kerl wie furchtbar auch seine verbrechen gewesen sind er hat gelitten und dadurch wenigstens teilweise gesühnt und dann dachte ich an den anderen den mann dessen gesicht wir in der droschke sahen dessen gestalt sich im moor gegen die mondscheibe abhob war er ebenfalls draußen in der regenflut der unsichtbare späher der mann der finsternis als es abend wurde zog ich meinen regenmantel an und wanderte voll düstere gedanken weit hinaus in die regendurchweichte heide und ließ mir den kalten regen ins gesicht schlagen und den wind um die ohren pfeifen gott sei bei denen die jetzt in den großen morast hinein geraten denn selbst das feste land ist beinahe schon ein sumpf ich fand die schwarze felsenspitze auf dessen höhe ich den einsamen nächtlichen gesellen gesehen hatte ich erklomm die schroffe zacke und blickte von der höhe aus über die traurig düstere hügellandschaft hin überall nichts als das öde land schwere regengüsse die die flanken der hügel peitschten und langsam ziehende schiefergraue wolken fern zur linken ragten halb verborgen durch den nebel die beiden schlanken türme von baskerville über den bäumen auf sie waren die einzigen anzeichen menschlichen lebens die ich erblicken konnte die einzigen wohnungen weit und breit waren die plumpen prähistorischen steinhütten auf den abhängen der hügel nirgends eine spur von dem einsamen manne den ich in der vergangenen nacht an dieser selben stelle sah auf dem rückwege überholte mich dr mortimer in seinem wägelchen er kam auf holperigem heidewege